Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt, Top 5, Vollverschleierung im öffentlichen Raum. Die AfD-Fraktion beantragt und setzt sich im Antrag hier für ein generelles Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum ein. Und der erste Redner kommt von der AfD, Gottfried Curio. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, die AfD fordert das Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum. Es geht um den Schutz der Individualfreiheitsrechte der muslimischen Frau gegenüber Gruppendruck und Einschüchterung in Parallelgesellschaften. Es geht um die Bewahrung der Werte unserer Gesellschaft, die die optische Unkenntlichmachung der Person nicht dulden kann. Diese Auslöschung des Gesichts ist das Symbol der Unterdrückung weiblicher Selbstbestimmung, ist geschlechtsspezifische Diskriminierung schlechthin. Sah man, außer in kriminellen Geschehen, je einen voll vermunkten Mann? Diese Negation der Menschenwürde zu dulden, wäre selbst grundgesetzwidrig. Die Menschenwürde nämlich verbietet, den Menschen zum bloßen Objekt zu machen, seine Subjektqualität, sein Personsein infrage zu stellen. Kann man jemandem nicht ins Gesicht schauen, wird ein integraler Teil des sozialen Menschseins entfernt, ja, vernichtet. So die Menschenwürde zu verletzen, ist ausnahmsweise sogar der Selbstbestimmung entzogen. Deshalb können wir dieses schwarze Stück Tuch, das Frauen das Gesicht rauben soll, nicht dulden. Man denke, Textstellen, die man nicht mehr erkennen soll, werden geschwärzt. Sollen jetzt Menschen geschwärzt werden? Wie sehr die Totalverhüllung die Frau zum Objekt degradiert, wird an der sexistischen Herkunft dieser Unsitte deutlich. Sie verhüllt das Objekt der Begierde. Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Sie war und ist auch nicht etwa Religionsausübung. Sie ist hier und heute Zeichen bewusster Abgrenzung gegen westliche Kultur und die Werte der Aufklärung. Nie in Jahrtausenden hat es in Europa solche Stigmatisierung eines Geschlechts gegeben. Und jetzt bitte nicht Multikulti. Die Burka steht gerade nicht für Liberalität oder Weltoffenheit. Der sich hier ausdrückende Herrschaftsanspruch über die Frau ist nur eines. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Geschlechter, Rassismus pur. Wollen wir, ja dürfen wir die öffentliche Frauenverhüllung als politisches Statement zulassen und hoffähig machen? Haben wir nicht die Pflicht, die Freiheitsrechte der Frau zu schützen, auch gegen den sozialen Gruppendruck, der bei Duldung der Vollverschleierung entsteht? Heute sind es drei, morgen viele. Und sei es als freiwilliger Kulturkampf. Das erzeugt inflationäre Selbstgettoisierung, macht Integration zunichte, bevor sie beginnen könnte. Wollen wir, meine Damen und Herren, wollen wir Geschlechterapartheit auf unseren Straßen? Soll die Hälfte der Menschheit vermummt herumlaufen? Nein, die Burka ist der Offenbarungseid der islamischen Kultur. Die Duldung der Frauenvermummung wäre ein fatales Zeichen, dass unser Rechtsstaat zurückweicht vor der kulturellen Landnahme durch radikalen Islamismus. Nach unseren Grundwerten begegnen sich Menschen frei und gleichrangig. Die Vollverschleierung wäre das Signal, in unserer offen kommunizierenden Gesellschaft nicht teilhaben zu wollen, sich von der Lebensart der Ungläubigen abgrenzen zu wollen. Der Niqab ist die Fahne der Salafisten, die Burka atmet den Geist der Scharia. So wird ein falscher Standard etabliert. Sure 33 empfiehlt den Frauen, ihre Kleider herunterzuziehen, damit sie nicht belästigt werden. Diese Assoziation von Verhüllung und Ehrbarkeit heißt doch im Umkehrschluss, wer sich nicht so kleidet, ist dann offenbar die berühmte ungläubige Schlampe, von Männern in einschlägiger Weise zu betrachten, mit allen Kölner Konsequenzen. Wenn jetzt wegen verfehlter Zuwanderungspolitik unsere Frauen bald einer Mehrheit von jungen Männern aus archaischen, frauenfeindlichen Gesellschaften gegenüberstehen, sollen Frauen dann erst auf kurze Röcke verzichten, dann besser ihre Haare mit einem Kopftuch verhüllen, um am Ende in eine Burka eingesperrt herumlaufen zu müssen? Sollen angstfreie Räume Mangelware werden und abendliches Joggen eine Mutprobe? Dahin darf es nicht kommen. Selbst innerislamischer Konsens ist die Freiheit der Religionsausübung wird durch ein Burkaverbot nicht berührt. Laut Europäischem Gerichtshof für Menschenrechte ist das französische Burkaverbot im öffentlichen Raum, wie in Belgien und Österreich, eine legitime Maßnahme, die Voraussetzungen des Zusammenlebens zu wahren, welche von der Burka als einer Barriere zwischen Trägerin und Umwelt untergraben würden. Höre ich da etwa, niemand hat die Absicht, eine Barriere zu errichten? Wir sagen Ihnen, Mr. de Maizière, tear down this barrier. Meine Damen und Herren, laut Forsa sind 60 Prozent der Befragten für ein Verbot der Vollverschleierung. Verehrte Abgeordnete der künftigen GroKo, zeigen Sie uns, dass Sie nicht gegen den erklärten Willen von 60 Prozent der Bevölkerung regieren wollen. Vielen Dank. Gottfried Curio hat hier diesen Antrag der AfD noch einmal begründet. Der Deutsche Bundestag hatte im Frühjahr beschlossen, lediglich Beamtinnen und Soldatinnen seien verpflichtet, ihr Gesicht bei der Ausübung ihres Dienstes nicht zu verhüllen. Stefan Mayer, Innenpolitischer Sprecher der Union. Um gleich eines zu Beginn der Rede klar und ausdrücklich zu sagen, Burka und Nikap gehören nicht nach Deutschland. Burka und Nikap sind nicht vereinbar mit unserem Menschenbild und mit unseren Wertevorstellungen. Burka und Nikap sind auch nicht Symbole der Gleichbehandlung und der Gleichberechtigung, sondern sie sind Symbole der Ausgrenzung, der Abgrenzung, der Diskriminierung und vor allem der Ungleichbehandlung und der Unterdrückung der Frau gegenüber dem Mann. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die Vollverschleierung der Frau, um dies auch ausdrücklich zu sagen, ist auch ein enormes und erhebliches Integrationshindernis. Mir fehlt mit Verlaub die Fantasie, mir vorstellen zu können, wie eine Burka verschleierte Frau am Kinderspielplatz mit ihren Kindern Kontakt aufnehmen soll zu einheimischen Frauen, unvoreingenommen und vorbehaltlos, und wie umgekehrt einheimische Frauen einen sozialen Kontakt aufbauen sollen zu Frauen, die mit Burka oder mit Nikap verschleiert sind. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen aber, um dies auch ausdrücklich zu sagen, nicht Nachhilfeunterricht von der AfD, weil wir als CDU CSU bereits in der letzten Legislaturperiode tätig geworden sind. Wir haben in der letzten Legislaturperiode eine sehr umfassende, bereichspezifische Regelung geschaffen, die im Juni letzten Jahres in Kraft getreten ist. Mit dieser Regelung wird eines klipp und klar geregelt und reguliert. Es dürfen Beamtinnen und Soldatinnen nicht vollverschleiert ihren Dienst ausüben. Sie dürfen vollverschleiert keine Tätigkeit ausüben, die Bezug hat zum Dienst. Und was auch sehr wichtig ist, und das gilt sowohl für Einheimische als auch für Menschen, die in der jüngsten Zeit zu uns gekommen sind, wenn es um Lichtbilder geht, die angefertigt werden für Legitimationspapiere, für Pässe, aber auch beispielsweise für Identitätspapiere von Flüchtlingen, dürfen diese Lichtbilder nicht vollverschleiert vorgenommen werden. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben umfassend von der Regelungsmöglichkeit Gebrauch gemacht als Deutscher Bundestag, die sich uns nun mal gibt. Und vor dem Hintergrund möchte ich auch eines klar sagen, weil die Regelungen in Frankreich, in Österreich oder in Belgien genannt wurden. Wir haben ein Grundgesetz und eine Verfassung, und an die sind wir gebunden. Und ich muss schon sagen, ich habe mit Verlaub schon Schwierigkeiten, und ich finde es mit Verlaub auch sehr merkwürdig, dass insbesondere eine Partei, die immer wieder peinlichst Wert darauf legt, dass wir uns an Recht und Gesetz zu halten haben, dass sich die Bundesregierung an die Rechtsordnung, an die Verfassung zu halten hat, dass diese Partei einen Antrag stellt, der zum Gegenstand hat, dass wir eine himmelschrein verfassungswidrige Regelung in Kraft setzen würden. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist nun mal so, dass die Religionsfreiheit nach Artikel 4 Grundgesetz ein Kernpfeiler unserer Verfassung und unserer Freiheitsrechte ist, die entsprechend auch zu achten sind. Und wir werden deshalb, um dies auch klar zu sagen, als CDU und CSU, all das tun, was rechtlich möglich und rechtlich vertretbar ist, um auch in weiteren Tatbeständen die Vollverschleierung zu unterbinden. Aber wir werden nicht sehenden Auges eine verfassungswidrige Regelung in Kraft setzen. Und deshalb, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, möchte ich auch klar davor warnen, hier Scheindebatten anzuführen. Wir tun sehr viel, um Menschen in unser Land zu integrieren, die neu zu uns gekommen sind. Aber um dies auch klar zu sagen, wir haben auch klare Erwartungen. Und die klare Erwartung ist, dass man sich nicht nur an Recht und Gesetz hält, sondern dass man auch unsere Bräuche, unsere Traditionen und unsere Gepflogenheiten zu achten weiß. Und um dies auch ausdrücklich zu sagen, die Kommunikation in einer pluralen und in einer offenen Gesellschaft wieder unsrigen, ist aus meiner Sicht nur möglich, wenn man im wahrsten Sinne des Wortes Gesicht zeigt. Und deshalb bin ich auch unserem Bundesinnenminister Dr. Thomas Döme sehr, sehr dankbar, dass er klargemacht hat, dass die Burka nicht zu Deutschland gehört. Und vor dem Hintergrund möchte ich auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir gesellschaftspolitisch hier einen klaren Kurs fahren, dass wir aber beileibe nichts unternehmen werden, was nur im Entferntesten eine verfassungswidrige Regelung beinhaltet. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich warne davor, hier Scheindebatten zu führen. Wir sollten uns mit den tatsächlichen Problemen unseres Landes beschäftigen. Wir sind bereits tätig geworden in der letzten Legislaturperiode. Das ist der AfD vielleicht nicht richtig aufgefallen. Es hat ja auch, das darf ich zum Abschluss auch sagen, sehr lange gedauert, bis Sie mit diesem Antrag dann erst ums Eck gekommen sind. Erst vor einem Tag ist dieser Antrag, der ja schon lange Zeit angekündigt war, tatsächlich dann auf unseren Schreibtischen gelandet, was aus meiner Sicht auch zeigt, dass Sie sich selbst auch sehr schwer getan haben mit der Formulierung Ihres Antrages. Die CDU und CSU wird diesem Antrag, um dies klar zu sagen, die Ablehnung erteilen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Mayer. Als Nächste die Kollegin Esther Dielcher für die SPD. Es ist ihre erste Parlamentsrede. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Meine verehrten Damen und Herren! Menschen in Europa und Deutschland sind sich durchaus einig, einen Ganzkörperschleier als zivilisations- und frauenfeindlich zu betrachten. Die Mehrzahl der Muslimer aber trägt gar keine Burka oder keinen Niqab. Betroffen ist nur eine verschwindend kleine Minderheit. Das Kopftuch hingegen ist viel weiter verbreitet und auch bei uns sichtbar. Und auch das Tragen dieser religiösen Kopfbedeckung bewegt gelegentlich die Gemüter. Aber auch Frauen ohne Kopftuch können überzeugte und praktizierende Muslimer sein. Der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Herr Sofuglu, äußerte hierzu, es sei besser, auf die Moscheegemeinden einzuwirken, statt Verbote zu erlassen. Warum äußert er das? Warum hat er damit auch recht? Der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, wie auch schon zitiert, hat die Verbote der Vollverschleierung in Belgien und Frankreich bestätigt. Aber trotzdem ist gerade in diesen Ländern die Zahl der Burka oder Niqab-Trägerinnen keineswegs zurückgegangen und auch nicht rückläufig. Und die Terrorgefahr ist seit diesem Erlass der Gesetze in diesen Ländern sogar noch gestiegen. Es gibt daher den von Ihnen dargestellten kausalen Zusammenhang keineswegs. Aber unsere Gesellschaft wird weiter gespalten und Hass auf alles Fremde weiter geschürt. Der vorliegende Antrag wird mit dem Schutz der Individual- und Freiheitsrechte, der inneren Sicherheit und dem staatlichen Ziel der Sicherheit des gesellschaftlichen Zusammenlebens begründet. Dieses Ziel wird mit dem Verbot der Vollverschleierung jedoch gerade nicht erreicht, wenn wir in unsere Nachbarländer gucken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier schleicht ein Wolf im Schafspelz durch unser hohes Haus. Motiviert ist der Antrag nämlich nicht aus den aufgeführten Gründen, sondern wie die Antragsteller in der Presse bereits lanciert haben. Da lag der Antrag nämlich schon vor, bevor wir den auf den Schreibtischen hatten. Und wie es auch eben bestätigt worden ist, als Maßnahme gegen die kulturelle Landnahme. Diese Begrifflichkeiten sind uns auch schon bekannt. Und zwar aus einer Zeit, die mehr als 60 Jahre oder 70 Jahre zurückliegt. Sehen Sie wirklich eine Gefahr für unser Land durch 300 Muslime? Es geht hier nämlich einmal mehr darum, den Islam in Deutschland zu stigmatisieren. Die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes haben aufgrund der selbst erlebten Geschichte und den Erfahrungen mit nationalsozialistischem Gedankengut ganz zu Recht in unserem Grundgesetz formuliert. In Artikel 1 die Würde des Menschen ist unantastbar. Ganz bewusst wird nicht auf die Würde der Deutschen abgestellt. Und in Artikel 4 Grundgesetz wird die Freiheit des Glaubens als unverletzlich festgestellt und die ungestärte Religionsausübung gewährleistet. Jetzt fragen wir uns, wenn wir tatsächlich eine Gefahr für unsere innere Sicherheit sehen. Wie können wir diese gewährleisten? Wie können wir tatsächlich die Unterdrückung muslimischer Frauen verhindern? Und wie können wir unser Zusammenleben sichern? Mit Sicherheit nicht mit Verboten, die diese verschwindend geringe Minderheit von Frauen weiter ins Abseits stellt und ausgrenzt, sondern durch Angebote zur Integration, durch Kommunikation und durch Respekt vor dem Fremden und durch Solidarität in der Gemeinschaft und durch Toleranz. Meine Würde als Mensch gebietet es mir, solchen Anträgen, die auf Diffamierung und Hetze ausgerichtet sind, entgegenzutreten und nicht weiter zu unterstützen. Wie können wir sonst sicher sein, dass wir nicht selbst irgendwann zu den Minderheiten gehören, die nicht in das nationale Gedankengut der AfD passen und gegen die sich dann die Angriffe richten? Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Dillcher. Bester Dillcher von der SPD, also mit Ihrer ersten Rede. Das werden wir noch ein paar Mal in den nächsten Tagen auch erleben. Hier Vollverschleihung im öffentlichen Raum. Ein Antrag der AfD. Nächste Rednerin Katrin Helling-Plahr von der FDP. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Frauen sind dazu da, ihre Pflichten im Haus zu erfüllen. Nur in dringenden Notfällen dürfen sie das Haus verlassen. Dann aber müssen sie verschleiert sein, zitiert Friedensnobelpreisträgerin Malala in ihrem Buch aus einer der Radiopredigten des pakistanischen Taliban-Chefs. Meine Damen und Herren von der AfD, Sie geben vor, mit Ihrem Antrag zuvorderst muslimischen Frauen helfen zu wollen. Sie wollen uns aber doch wohl nicht weismachen, dass die Männer, die ihre Frauen und Töchter bisher dazu zwingen, das Haus nur Vollverschleier zu verlassen, dann künftig plötzlich der Auffassung sein würden, Ihre bisherige Auslegung des Koran gehe fehl. Sie und Ihre Familien hätten über Jahrhunderte geirrt. Oder wollen Sie uns glauben machen, dass diese Männer aufgrund eines entsprechenden Verbots bereit wären, gegen die jedenfalls von Ihnen so verstandenen Gebote ihrer Religion zu verstoßen? Es ist doch offenkundig, was passieren würde, wenn Ihr Antrag Erfolg hätte. Frauen, die bisher von ihren Männern und Familien gezwungen werden, das Haus nur Vollverschleier zu verlassen, dürfen das Haus künftig gar nicht mehr verlassen. Sie helfen den Frauen also nicht, sondern Sie rauben ihnen das letzte bisschen Freiheit und das letzte bisschen Teilhabe an unserer Gesellschaft. Sie verstellen ihnen auch noch den durch ihren schleierschnittsmöglichen kleinen Einblick in eine Welt, in der Frauen anders leben. Das wissen Sie von der AfD-Fraktion auch. Also lassen Sie uns das Deckmäntelchen des Gutmenschentums, das Sie versuchen, über Ihr Vorhaben zu stülpen, doch mal abnehmen. In Wahrheit ist es Ihnen doch ganz recht, wenn diese Frauen künftig zu Hause bleiben. Immerhin führt das in jedem Fall dazu, dass Sie sie nicht sehen müssen. Und im Ansatz kann ich das sogar verstehen. Auch mich befremdet der Anblick einer Frau in Burka oder Nikap zutiefst. Aber wenn wir nicht wollen, dass sich unsere Gesellschaftsordnung derjenigen unfreier Länder annähert, wenn wir weiter in einer modernen, offenen und toleranten Gesellschaft leben wollen, dann müssen wir an der Stelle, an der das Gefühl der Befremdung in uns aufsteigt, unseren Verstand anschalten. Nicht alles, was befremdlich ist, gehört verboten. Kant hat gesagt, die Freiheit des Einzelnen endet erst dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Auch die Vollverschleierung muss in einer offenen Gesellschaft möglich sein. Das gebietet im Übrigen bereits unser Grundgesetz. Ein Vollverschleierungsverbot in der Öffentlichkeit würde einen verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigenden Eingriff in das schrankenlos gewährte Grundrecht der Religionsfreiheit bedeuten, wäre in Deutschland also nicht verfassungsgemäß. Und wenn Sie in Ihrer Begründung auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, der entschieden hat, dass Verschleierungsverbote nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstoßen, Bezug nehmen wollen, habe ich für Sie, die ja sonst an jeder Stelle höchst europakritisch unterwegs sind, eine gute Nachricht. Die Europäische Menschenrechtskonvention steht innerstaatlich nur im Rang eines einfachen Gesetzes, also im Rang unter dem Grundgesetz. Sehr geehrte Damen und Herren von der AfD-Fraktion, ich unterstelle, dass diese juristische Expertise in Ihrer Fraktion auch jemand hat. Schließlich stellen Sie ja sogar den Vorsitzenden des Rechtsausschusses. Sie wissen, dass es gar nicht möglich wäre, Ihr Vorhaben verfassungskonform umzusetzen. Aber das ist Ihnen egal. Denn es geht Ihnen nicht darum, hier in der Sache etwas zu erreichen, auch nicht für die innere Sicherheit. Schätzungen gehen von Einzelnen bis maximal 200 bis 300 Burka-Trägerinnen in Deutschland aus. Die Burka ist in unserem Land zum Glück weder Alltags- noch Massenphänomen. Ihnen geht es nur darum, die nächste rechtspopulistische Kampagne zu fahren. Und da machen wir nicht mit. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Wieder Punkt genau, was mich freut. Als nächste Rednerin rufe ich auf Frau Christine Buchholz für die Fraktion Die Linke. Christine Buchholz ist religionspolitische Sprecherin der Linksfraktion. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die AfD fordert nun also ein Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Raum. Und lassen Sie mich vorneweg sagen, wir lehnen den Zwang zu einer religiösen Bekleidung wie den Zwang, sie abzulegen ab. Und die Abgeordneten der AfD wissen höchstwahrscheinlich, dass das Verbot gegen Artikel 4 des Grundgesetzes verstieße. Der Antrag der AfD ist damit für den Papierkorb. Wieder öffnet die AfD eine rassistische Scheindebatte. Und eines ist klar, es geht der AfD weder um die betroffenen Frauen noch um weibliche Selbstbestimmung. Das Programm der AfD ist frauenfeindlich. Sie will das Antidiskriminierungsgesetz abschaffen, Geschlechterquoten streichen. Sie ist sogar gegen Aktionen für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit wie den Equal Pay Day. Und auch zahlreiche Abgeordnete sind schon durch frauenfeindliche Äußerungen aufgefallen. Da ist Herr Böhringer nicht alleine. Und schauen Sie mal in die sexistischen Hasskommentare Ihrer Anhänger. Das ist einfach nur widerlich. Den Frauen, die gegen ihren Willen Burka oder Nikap tragen, hilft das Verbot überhaupt nicht. Frau Kollegin, glauben Sie an die Zwischenfrage des Kollegen Brandner? Nein, die haben genug Zeit. Die AfD will offenbar, dass diese Frauen, die gegen ihren Willen Burka oder Nikap tragen, nicht mal das Haus verlassen können, um sich öffentlich zu bewegen, einen Arzt zu besuchen, an einem Elternabend teilzunehmen oder auch Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Und es ist absolut lächerlich, dass sich die AfD hier zur Anwältin der weiblichen Selbstbestimmung aufspielt. Worum geht es der AfD also? Es geht darum, weiter rassistische Vorurteile gegen Muslime und den Islam zu verbreiten. Die AfD behauptet, unter Muslimen würde ohne ein Verbot der Vollverschleierung ein Gruppendruck zur Vollverschleierung entstehen. Hier entsteht vor Ihrem geistigen Auge das Bild zur kulturellen Landnahme, das auch Herr Curio eben bemüht hat. Das ist ein absoluter Bullshit. Die übergroße Mehrheit der muslimischen Frauen in Deutschland ist nicht vollverschleiert und sieht auch die Vollverschleierung als nicht geboten an. Das weiß übrigens auch jeder, der mit muslimischen Frauen spricht, anstatt sie zu verfolgen. Die AfD stellt hier eine Behauptung auf, die nichts mit der Realität zu tun hat, sondern ausschließlich ihrer rassistischen Paranoia entspringt. Die AfD schreibt in ihrem Antrag, dass der Islam an sich unverschleierte Frauen als ehrlos markiere. Und auch das ist eine reine Behauptung, die durch nichts belegt ist. In Wirklichkeit nehmen hier in Deutschland Hass und Gewalt gegen Muslime zu, vor allem gegen muslimische Frauen. Gerade vor zwei Tagen wurde eine Frau in einem Berliner Supermarkt verletzt, als ihr gewaltsam der Schleier vom Kopf gerissen wurde. Das ist das Resultat Ihrer Hetze, meine Damen und Herren von der AfD. Aber auch die CDU-CSU befördert diese Scheindebatte, wenn sie immer wieder über das Thema Burka redet, seit Jahren. Und Herr Mayer hat das hier auch eben nochmal vorexerziert. Und leider geht auch der vorliegende Koalitionsvertrag der AfD auf den Leim, wenn in ihm ein Vollverschleierungsverbot in Gerichten steht. Denn hier gibt es ausreichend Regelungen. Die Linke fordert Hilfe und Unterstützung für alle Frauen, denen Zwang angetan wird. Ob dieser Zwang nun religiös begründet wird oder nicht. Wir stehen an der Seite aller Frauen, die sich gegen ihre Unterdrückung und für ihre Rechte einsetzen. Was diese Frauen am allerwenigsten brauchen, ist dieser Antrag der AfD. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Buchholz. Christine Buchholz war das für die Linksfraktion. Nächste Rednerin in der Debatte ist Kanan Beirahm von den Bündnisgrünen. Es geht um die Vollverschleierung im öffentlichen Raum. Ein Antrag der AfD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, Herr Kollege Curio, wir haben ja eine ähnliche Debatte vor einem Jahr im Berliner Abgeordnetenhaus geführt gemeinsam. Und mir fällt wirklich auf, dass Sie sich noch nicht mal eine neue Rede geschrieben haben. Aber interessant fand ich jetzt, dass Sie hier mit Ihrem Antrag ein bisschen spät sind. Also interessant ist tatsächlich, dass auch schon in Berlin der Antrag kein Gesetzesentwurf war. Es war so dahingerotzt, ein Satz, die Bundesregierung, die Landesregierung soll uns mal ein Gesetz machen, in dem wir die Vollverschleierung verbieten können. In keinem der bundesweiten Landesparlamente konnte die AfD einen eigenen Gesetzentwurf vorlegen. Und da stellt sich wirklich die Frage, warum ist das so? Und einige Anwaltskolleginnen haben Ihnen das schon dargestellt. Dem will ich mich anschließen, weil unsere Verfassung das nicht will. Und das ist auch gut so. Und tatsächlich wurde hier mehrfach deutlich gemacht, Sie beziehen sich da auf eine österreichische Regelung, wenn man die übersetzen will, indem Sie eine Ordnungswidrigkeit dergestalt für den öffentlichen Raum darstellen wollen, dass die Frauen sich dort nicht bewegen können sollen. Das wäre etwas, wo ich Sie ernsthaft frage. Und das, finde ich, hat die Kollegin von der FDP auch noch mal eindrücklich dargestellt. Wollen Sie dasselbe machen wie die Taliban? Wollen Sie den Frauen, denen verboten wird, sich zu bewegen, wenn sie keinen Schleier tragen? Wollen Sie denen verbieten, sich zu bewegen, weil sie einen Schleier tragen? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Und dagegen sind wir eindeutig. Ja, Frau von Storch, ich höre Sie sogar, dass wir die Männer in die Verantwortung nehmen müssen. Und ich interpretiere das mal so, dass Sie sagen, wenn Sie die Frauen unterdrücken. Aber das steht doch alles schon in unseren Gesetzen. Und das gilt für alle Männer, die ihre Frauen unterdrücken. Egal, aus welchem Grund sie ihre Frauen unterdrücken. Das ist doch gar nicht die Frage. Und das steht auch nicht in Ihrem Antrag. Dann schreiben Sie doch mal als Frau von Storch einen Antrag, in dem Sie das festhalten. Der, über den wir hier diskutieren, gibt das nicht her. Und deswegen ist das etwas, was wir eindeutig ablehnen. Und deutlich will ich auch machen, für uns, Bündnis 90 die Grünen, ist jede Form der Unterdrückung von Frauen ein Problem. Und auch wir sehen, dass die Pflicht sozusagen, Nikab oder Burka zu tragen, eher ein Symbol der Unterdrückung ist. Deswegen müssen wir uns darüber unterhalten, wie wir die Frauen stärken. Dass Sie in die Situation kommen, sich gegen Männer zu wehren, die Ihnen so etwas aufzwingen wollen. Aber das heißt doch nicht, dass wir die Frauen bekämpfen. Das heißt doch genau das Gegenteil. Wir müssen doch die Frauen stärken, damit sie sich dagegen wehren, unterdrückt zu werden. Und da will ich mal auch klar machen, wir müssen nicht nur die migrantischen Frauen stärken, sondern wir müssen alle Frauen stärken, die in der Gefahr sind, in allen Situationen tatsächlich unterdrückt zu werden. Das ist doch der Anspruch, den wir stellen müssen. Und über das ich mich lieber mit Ihnen unterhalten hätte, über einen solchen Antrag, als über den, den Herr Curio heute vorgestellt hat. Vielen Dank, Frau Bayram. Ich bin nach wie vor begeistert. Als nächste Rednerin die Kollegin Dr. Frauke Petry. Ja, Frauke Petry, fraktionslos. Warum der Präsident begeistert ist, kann ich Ihnen jetzt in der Sekunde nicht sagen. Aber Frauke Petry hat jetzt das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Frau Bayram, Sie sollten besser recherchieren. Ich habe im Sächsischen Landtag einen Gesetzesentwurf zum Verbot der Vorversteigerung im vergangenen Jahr vorgestellt. Und damals waren es nicht nur Ihre Kollegen, sondern die Kollegen aller anderen Parteien, die im Landtag vertreten waren, die massiv dagegen argumentiert haben. Schön, dass Sie sich im Juni dann doch zu einem kleinen, vorsichtigen Schritt entschieden haben, zumindest teilweise das Vollverschleierungsverbot zu verhängen. Vorsichtig, aber nicht genug. Denn, meine Damen und Herren, Lebensrealität in Deutschland ist nicht nur, dass junge Migrantenfrauen verschleiert sind, vollverschleiert sind. Sie sollten wissen, dass es auch Frauen gibt, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, die unter einem Schleier leben müssen, wenn sie sich in einer Beziehung befinden, die mit Männern aus arabischen Kulturkreisen passiert. Gefangen in Deutschland, ich empfehle Ihnen allen dieses Buch. Lesen Sie es, dann wissen Sie, dass wir nicht nur über 100 bis 300 Burgerträgerinnen reden, sondern über ein massives kulturelles Problem. Sie wollen die Argumente nicht hören, weil der Antrag aus der falschen Fraktion kommt. Ich gehöre dieser ganz bewusst nicht mehr an. Aber Handlungsbedarf besteht nach wie vor. Denn es ist in der Tat eine Frage von kulturellem Verständnis, ob wir dieses relativieren wollen, ob wir der Meinung sind, dass in der Tat kulturelle Errungenschaften in unserem Land vorhanden sind, die es zu schützen gilt, oder ob wir so tun, als sei alles gleich, aber Kulturrelativismus auf der linken Seite dieses Parlaments sehr vertreten. Meine Damen und Herren, es gibt Staaten, das wissen Sie genauso gut wie wir, die islamische Staatsreligion haben und dennoch keine Vollversteuerung verlangen, dass dies in den letzten 30 Jahren immer rückläufiger ist, ist auch dem Vormarsch des orthodoxen Islam mit politischem Anspruch zu verdanken, der spätestens an den europäischen Grenzen Halt machen sollte. Und daher ist die Forderung eines vollständigen Verbots der Vollversteuerung im öffentlichen Raum eine Selbstverständlichkeit und ein Schutz unseres europäischen kulturellen Selbstbewusstseins, unserer Identität und unserer Werteordnung, die wir hier in diesem Hohen Haus eigentlich gemeinsam verteidigen müssten. Ja, und da gibt es sogar Applaus aus Rhein der AfD. Ich bemerke das nur bei der Vorgeschichte von Frauke Petry und der AfD. Marco Henrichmann ist der nächste Redner von der CDU CSU. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucher, die erste Rede ist immer auch so ein bisschen mit Freude verbunden, jetzt endlich so in die richtige Sacharbeit intensiv einzusteigen. Aber die Ernüchterung machte sich gestern Mittag schnell breit. Der Antrag war schon angekündigt, relativ spät. Und da wir hier wissen, dass wir in Verfassungsrechte eingreifen, erwartet man tiefgehende Begründungen. Und das war schon relativ dürftig. Man hätte zumindest, wenn man in Verfassungsrechte eingreift, Begründungen erwartet, welche konkreten Probleme denn bestehen. Wie viele Burkerträgerinnen man irgendwo, wann auch immer gesehen hat, gerade weil wir Verschärfungen im letzten Jahr, es wurde angesprochen, hatten. Und vielleicht bin ich da kommunalpolitisch romantisiert noch, aber ich kenne die Anträge so, dass man eine Problemlage schildert und dann auch den Lösungsweg dazu bietet. Die Frage ist nur, geht es hier um Lösungen oder eben nicht? Müssen Sie beantworten. Vergangene Woche bin ich dann mal zum Kommunalen Integrationszentrum in meinem Heimatkreis gefahren und habe einfach mal gefragt, wie viele vollverschleierte Personen habt ihr denn hier im letzten Jahr gesehen? Die Reaktionen waren erstaunte Blicke und die Antwort gar keine. Das heißt, wie gesagt, wir reden hier über Verfassungsrechte. Und die Begründung hätte man zumindest erwarten dürfen. Aber neben Ernüchterung löste der Antrag auch Erstaunen aus, weil die erste Begründung, die wir lesen, für diesen Antrag der Schutz der Freiheitsrechte der muslimischen Frauen sein soll. Das bei der AfD ist schon allerhand Donnerwetter. Da hat das Umdenken offensichtlich schon stattgefunden. Also Hut ab vor dem zum Islam konvertierten Kollegen aus Brandenburg Ihrer Fraktion. Aber zur Sache. Wir haben es gehört. Es hat im Jahr 2017 ein partielles Vollverschleierungsverbot gegeben mit weitreichenden Folgen im Bereich öffentlicher Dienstgerichte, Bundeswehr bei Wahlen. Und wir haben die Grenzen des verfassungsmäßig Möglichen damit ausgeschöpft. Ich kann ehrlich gesagt nicht erkennen, wo sich hier die Rechtslage oder die Rechtsverfassung geändert haben soll. Und auch im Antrag dazu lese ich überhaupt nichts. Gesetze aber bis an den Rand des verfassungsmäßig Möglichen der Fragwürdigkeit verschärfen zu wollen, um vermeintliche Probleme zu lösen, die im Antragstext ehrlich gesagt gar nicht konkret benannt werden, das halte ich für absurd. Die Union hat mit der Verschärfung ein eindeutiges und richtiges Signal im letzten Jahr gesetzt. Die Vollverschleierung widerspricht unserer Kultur. Und ich gehe sogar noch weiter. Sie steht für ein falsches Gesellschaftsbild und sie behindert jegliche Integration. Aber ich glaube auch, dass wir nicht alles verbieten können und nicht alles verbieten müssen, was wir ablehnen oder um es mit Montesquieu zu sagen, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, ein Gesetz zu machen, ist es unbedingt erforderlich, kein Gesetz zu machen. Das ist für mich übrigens auch der Unterschied zwischen selbstbewusstem Konservatismus und rückwärtsgewandter Willkür. Unsere Werte basieren auf dem christlichen Menschenbild, auf Gleichberechtigung und Freiheit. Und wir sollten selbstbewusst für unsere Werte einstehen, sie verteidigen. Und ich glaube, nur so können wir auch andere von unseren Werten hier überzeugen. Und als Familienvater ist mir wichtig immer, was geben wir eigentlich unseren Kindern mit auf den Weg? Angst oder Selbstbewusstsein? Haben wir Angst vor einer Handvoll, und das geben ja alle Studien zu dem Thema her, haben wir Angst vor einer Handvoll ausländischer Touristinnen aus den Golfstaaten, die in Burka hier sich unsere Werte bemächtigen? Ich glaube, das müssen wir nicht haben. Der Antrag, den wir heute vorgelegt bekommen, ist angstgesteuert, setzt auf Willkür. Aber Willkür, das war angesprochen, kann schnell jeden treffen. Und deswegen sollten wir auf der Grundlage unseres Menschenbildes Politik machen und nicht auf dem Rücken Einzelner. Ich will gar nicht verhehlen, dass es Probleme gibt bei Sprache, bei Integrationskursen, Handlungsbedarf. In Deutschland muss der Rechtsstaat durchgesetzt werden. Deswegen treten wir für ein Musterpolizeigesetz, für mehr Polizei eine starke Justiz ein. Und wir müssen auch den Dialog mit den Islamverbänden vielleicht anders und ganz offensiver führen, als wir das bislang getan haben. Und ich rufe die gemäßigten Vertreter auch ausdrücklich auf, sich an der Debatte zu beteiligen. Wir können keinen isolierten und keinen radikalen Islam in den Hinterhöfen unserer Städte akzeptieren. Aber hier geht es Ihnen nicht um den kritischen Dialog oder um Lösungen. Sie schüren Ängste, das ist Ihre Existenzberechtigung. Schlussbemerkung, ich bin es ehrlich gesagt ein bisschen leid. Dieses Ping-Pong haben wir die letzten Tage jetzt erlebt hier im Hohen Haus. Immer wenn es um Islam und Integration geht, kommt aus dem linken politischen Spektrum schnell die rosa-rote Brille. Und auf der anderen Seite Verbitterung und Schaum vorm Mund. Ich glaube, es bringt keinem was, wenn wir die Bracken und die Mauern hochfahren und uns gegenseitig mit Schmutz beschmeißen. Die Wahrheit liegt wie so oft in der Mitte. Wir stehen für die Partei der Mitte. Uns treibt das Vertrauen an in die Stärke und das Selbstbewusstsein Deutschlands und seiner Menschen hier. Vielen Dank. Herr Kollege Henrich, mein herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Die Zeit haben Sie etwas überschritten. Ich möchte auch hinweisen, dass bei einer ersten Rede parlamentsüblich keine Zwischenfragen zugelassen werden, um den Redner nicht aus dem Konzept zu bringen. Und, Herr Kollege Baumann, ist an mir was vorübergegangen. Ich habe nur gesehen, dass Ihre Fraktion schlagartig mit mehreren Personen den Saal verlassen hat. Nicht, dass das Präsidium hier irgendwas nicht bekommen hat. Gut, dann rufe ich auf als nächsten Redner den Kollegen Dr. Karl-Heinz Brunner von den Sozialdemokraten. Ja, Wolfgang Kubicki, sehr aufmerksam und besorgt zumindest, was die Frage angeht, was die AfD bewogen hat, in größerer Zahl den Saal zu verlassen. Aber es sind noch viele AfDler hier. Nächster Redner also Heinz Brunner für die SPD. Was die AfD heute Genderpolitik mit uns betreiben will, verwundert mich schon etwas. Aber, dass diese Genderpolitik dann sich in einem Antrag auf Vollverschleierung widerspiegelt, der eher der Verschleierung ihrer eigenen Ziele als der Entfernung eines Grauschleiers über der Politik dient, zeigt sich dann. Ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, komme, wie Sie wissen, aus Bayern, wo man ja sagt, die Welt ist noch in Ordnung, im Winter sei es kalt, im Sommer warm, zumindest meistens. Und was wir immer haben in Bayern, Menschen, die gerne zu uns kommen. Die einen zur ärztlichen Behandlung, die anderen zum Einkaufen. In München, in der Maximilians- und Theatinerstraße sehen wir da ab und an welche. Wieder andere, um die Schönheit Neuschwansteins zu sehen und dann entweder mit Burka oder der Gesichtsmaske als Japaner den Berg rauf zu hecheln, die meisten aber wegen der Gastfreundschaft unserer Weltoffenheit. Und das ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht selbstverständlich. Deshalb haben wir unsere Verfassung, unsere Grundwerte, unser Grundgesetz und das, was uns wirklich wichtig ist. Weil wir nicht nur, wie die Österreicher mit Verwaltungsübertretung verzwergte Rohrgrepierer schaffen wollen oder wie die Letten so homöopathische Wirkungen für fünf oder sechs Personen umsetzen wollen, sondern weil wir in Deutschland verstehen, dass Menschen auch Angst haben. Angst haben davor, dass sich vielleicht unter der Burka, unter dem Nikap oder was auch immer etwas Verbotenes verbergen kann. Und wir wissen auch, und das wissen wir alle, dass Terrorismus nicht vor Kleiderordnungen Halt macht, dass er nur durch beärztes Vorgehen der Sicherheitskräfte verhindern kann. Und das machen wir, und das haben wir in der Großen Koalition gemacht, und das machen wir auch weiterhin. Und was uns, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, auch wichtig ist, dass Frauen die gleichen Rechte wie Männer haben, ohne Einschränkung, ohne Zwang und ohne gesellschaftlichen Druck. Und deshalb will ich, dass Frauen so frei leben können, wie sie wollen. Dass sie selbst entscheiden, mit wem, wann, wo und wie sie ihr Leben gestalten und wie sie leben. Dass sie selbst entscheiden, was sie anziehen, was ihnen gefällt. Dass sie gerne, wenn sie es wollen, auf ihrem Dekolleté ein Kreuz, den Davidstern oder den Halbmond tragen. Frauen aber auch, die sich vor Blicken schützen wollen, sollen sich auch vor Blicken schützen können. Und zwar so, wie sie es wollen, wie sie aber nicht unsere Rechtsordnung beeinträchtigen. Dazu brauchen wir Regeln, Regeln gegen Ungleichbehandlung, Regeln für Chancengleichheit, Regeln für gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, vielleicht Quoten, vielleicht Equal Pay. Ja, Equal Pay brauchen wir dazu auch. Wir brauchen Teilnahme am Leben in unserem gesellschaftlichen Deutschland. Und was wir nicht brauchen, meine Kolleginnen und Kollegen, ist ein Verbot der Vollverschleierung. Denn er ist irrelevant. Er hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Denn die Wahrscheinlichkeit einer vollverschleierten Frau in Deutschland, außer am Flughafen München, bei der Einreise aus den Golfstaaten zu begegnen, ist nicht größer, als einem Strauß auf dem Kudamm zu begegnen. Mir ist es auf jeden Fall noch nicht erfolgt. Meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren, ich gehe davon aus, wir werden in dieser Legislatur noch viele Anträge dieser Art, Anträge, die Ängste schüren, Anträge, die mit Halbwahrheiten, die nicht aufgedeckt werden, sondern zurechtgebogen werden, uns auseinandersetzen. Sie werden niemandem helfen, nicht den Menschen, nicht unserer Gesellschaft. Sie fügen ihnen Schaden zu. Sie werden sich gegen religiöse Gruppen, gegen Homosexuelle, gegen ausländische Mitbürger, gegen Flüchtlinge, gegen Minderheiten, gegen, gegen, gegenwenden. Aber es sind immer nur platte Symbole, die unsere Zukunft nicht besser machen, sondern die einfach nur Schuld zuweisen und keine Verantwortung übernehmen. Worum es aber geht, ist, wir müssen in die Köpfe und die Herzen der Menschen. Wir müssen aber nicht in die Kleiderschränke. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, zum Top 5 Vollverschlagung im öffentlichen Raum. Jetzt der letzte Redner, Philipp Amthor für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Er ist ja einer der jüngsten Abgeordneten mit 25 Jahre, der jüngste, der einen Direktwahlkreis errungen hat. Philipp Amthor für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, um das noch mal ganz deutlich zu sagen. Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat sich dafür eingesetzt, die Vollverschleierung im öffentlichen Raum zu begrenzen. Und wir werden das auch fortsetzen. Das ist vereinbart mit den Sozialdemokraten. Und dafür setzen wir uns ein. Und wir wollen das alles aber verfassungskonform tun. Und dem wird einfach der Antrag der AfD nicht gerecht. Also, bevor ich dazu komme, will ich aber hier, weil das in der Debatte bisweilen unterging, überall, wo es rechtlich möglich ist, werden wir uns der Vollverschleierung entgegenstellen. Einfach deshalb, weil wir fest überzeugt sind, dass Burka und Nikap in keiner Weise unserer Vorstellung von einem Rechtsstaat und von einer deutschen Wertekultur entsprechen. Und ich sage das hier ausdrücklich, die Religionsfreiheit gehört zu Deutschland, aber der politische Islam, der gehört nicht zu Deutschland. Und dagegen werden wir uns wenden. Und überall dort, wo der politische Islam versucht, unsere offene Lebensweise zu beschränken, da werden wir ihm die Härte des Rechtsstaats entgegenhalten. Und da sind mir auch die Zahlen, egal wie wenige das sind, das wird es mit uns nicht geben. Und dann aber, dann aber in Richtung jetzt der AfD, bevor Sie sich zu früh freuen. Wissen Sie, wenn wir von den Moslems verlangen, dass die sich an unsere Regeln halten, tun wir selbst auch gut daran, uns an unsere eigenen Regeln zu halten. Und Sie wissen vielleicht, mit Ihrem Vorschlag operieren Sie ganz deutlich im sensiblen, im grundrechtssensiblen Bereich der Religionsfreiheit. Und ich kann Ihnen nur die Empfehlung geben, wenn Sie da operieren, sollten Sie auch Ihr OP-Besteck kennen. Und es ist ja nicht nur so, es ist nicht nur so, dass Sie den Vorsitzenden des Rechtsausschusses stellen, sondern ein Viertel Ihrer Fraktion sind Juristen. Diese Expertise findet sich in dem Antrag in keiner Weise wieder, sondern der Antrag ist mit heißer Nadel gestrickt und ganz ehrlich erstrotzt von falschen Behauptungen. Und das fängt schon an mit dem Schutzbereich der Religionsfreiheit. Sie behaupten, Boka tragen unterfällt nicht dem Schutzbereich der Religionsfreiheit. Wissen Sie, ich finde das auch nicht toll, aber die ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und sogar das EGMR-Urteil, das Sie zitieren, sagt, die Religionsfreiheit schützt auch das Boka-Tragen im Schutzbereich. So, erster Fehler. Zweiter Fehler. Natürlich kann man Eingriffe in den Schutzbereich der Religionsfreiheit rechtfertigen, aber nach ständiger Rechtsprechung eben nur durch kollidierendes Verfassungsrecht. Und dazu führen Sie substanziell gar nichts aus, sondern das, was Sie hier behaupten, und das, was Herr Curio behauptet hat, ist grober Unfug. Ja, nehmen wir mal das Beispiel Menschenwürde. Die Menschenwürde ist eben kein Zwangskorsett. Um das ganz deutlich zu sagen, also ich finde eine Boka ziemlich unwürdig. Und ich finde es unwürdig, dass die Frauen sich dadurch auch zum Objekt machen lassen. Herr Kollege, erlauben Sie möglicherweise eine Zwischenfrage oder Bemerkungen vom Kollegen Nolte aus der AfD-Fraktion? Ja, aber sehr gern, Herr Nolte. Herzliche Einladung. Herr Kollege, Sie reden hier viel über die Verfassung. War die Aufgabe der Grenzkontrollen durch die CDU verfassungskonform und war die Homo-Ehe verfassungskonform? Ja, Herr Nolte, ich finde es schön, dass Sie diese Frage stellen. Ich empfehle Ihnen zu sagen Ja, denn es gibt zu beiden noch kein entgegenlaufendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ich sage Ihnen ausdrücklich, zur Homo-Ehe habe auch ich damals verfassungsrechtliche Bedenken gesehen. Darüber muss man reden. Da wird es Entscheidungen geben. Aber machen Sie sich mal eins klar, hier jetzt so zu tun. Wir wären die Rechtsbrecher. Sie haben nicht mal das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes gelesen, wo drinsteht, dass Ihr Entwurf hier verfassungswidrig ist. Also völliger Unsinn, jetzt hier so zu argumentieren. Machen Sie lieber Ihre Arbeit richtig. Und hören Sie mir mal zu, dann können Sie nämlich noch was lernen über die Verfassung. Menschenwürde. Menschenwürde als Stichwort hat Herr Curio angeführt. Und er hat gesagt, die Menschenwürde sei jetzt hier das Entgegenstehende. Ich habe gesagt, ich finde die Menschenwürde auch befremdlich, sozusagen für die Burka. Und das ist nicht würdig. Aber Fakt ist, die Menschenwürde schützt gleichzeitig nicht vor der Autonomie, eine Burka zu tragen, so sehr wir das auch sinnlos finden. Ich mache Ihnen das an einem Beispiel deutlich, das Sie vielleicht verstehen. Sie haben ja hier die Abgeordnetenfreiheit aus Artikel 38. Die zwingt Sie auch nicht dazu, richtige Anträge vorzulegen, sondern die erlaubt es Ihnen, so einen Quatsch hier vorzulegen. Ganz ehrlich. Ja? So. Und dann führen Sie noch an das Recht auf Kommunikation. Auch das ist absoluter Blödsinn. Wenn Sie sich da auf den EGMR stützen, kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie nicht schon, vielleicht hätte mal einer Ihrer Referenten das EGMR-Urteil gelesen. Da gibt es nämlich am Ende des Urteils ein Sondervotum der Richterin Angelika Nussberger, unsere deutsche EGMR-Richterin, die sagt, dass dieses Recht auf Kommunikation verfassungsdogmatisch schief ist. Hätten Sie mal zur Kenntnis nehmen können, und offene Kommunikation ist sonst auch nicht Ihre Stärke, wenn Sie Ihre Parteitage verhüllen und sagen, da sind keine Journalisten zugelassen. Ganz ehrlich. Sekunde, 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 Sekunde. Es gibt noch mal eine Zwischenfrage. Wollen Sie die zu? Gerne, gerne. Es gibt so viele Punkte, die ich hier aufarbeiten kann. Machen Sie weiter. Ja, es gibt trotzdem auch für Sie die Redezeit. Aber gut, jetzt haben Sie die Zwischenfrage noch zugelassen. Vielen Dank, Herr Amthor, für das Zulassen der Zwischenfrage. Ich möchte Ihnen ein Zitat vorlesen, und zwar vom CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Und dann möchte ich Sie bitten, da eine politische Bewertung vorzunehmen, auch hinsichtlich der in diesem Jahr stattfindenden Landtagswahl in Bayern. Der CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer hat im Jahr 2017 Folgendes gesagt, ein Verbot, gemeint ist hier die Vollverschleierung, ist möglich und notwendig. Das deutsche Verbötchen zur Vollverschleierung muss, so wie in anderen Ländern Europas, ausgeweitet werden. Weiter, wir geben unsere Identität nicht auf, sondern sind bereit, dafür zu kämpfen. Die Bürger gehört nicht zu Deutschland. Wie ist das in Einklang zu bringen mit den Reden, die ich aus Ihrer Fraktion zu diesem Punkt bis jetzt gehört habe? So, jetzt bitte. Ganz ehrlich, hätten Sie zugehört, genau das ist das, was ich gesagt habe. Und ich unterschreibe das eins zu eins, was Andi Scheuer gesagt hat. Und schauen Sie nach Bayern. Da kann man nämlich kompetenziell das beschränken. Das hat man in Bayern gemacht. In Bayern gibt es in keiner Schule, in keiner Universität eine Vollverschleierung. Und deswegen wollen wir das weiter ausweiten. Und ich sage Ihnen zum Abschluss eins, Sie stellen sich hier hin und wollen die Retter des christlichen Armlandes sein. Wir müssten die Verfassung ändern. Und wenn man das machen würde, würden Sie die Axt anlegen an die Wurzel der Religionsfreiheit. Und dieses Schrankensystem, was ich Ihnen gerade erklärt habe, hat das Bundesverfassungsgericht entwickelt, um christliche Minderheiten zu schützen. Und das sollte für Sie einfach das Entscheidende sein. Sie sind weder die Retter des christlichen Armlandes noch eine Rechtsstaatspartei. Machen Sie Ihre Arbeit ordentlich, dann können wir im Innenausschuss darüber diskutieren. Herzlichen Dank. Ja, 25 Jahre jung, aber hat schon viel Dampf drauf. Philipp Amthor von der CDU hier war der letzte Redner zum Punkt Vollverschleierung im öffentlichen Raum. Das geht jetzt weiter in die entsprechenden Ausschüsse.